Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel leere Zeilen und Zellen ausblenden bzw. löschen kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Wenn du große Excel-Dateien hast, dauert es oftmals zu lange, alle leeren Zeilen und Zellen manuell auszuwählen und zu entfernen. Mit den nun vorgestellten Tricks klappt das automatisch und binnen weniger Sekunden, wenn man weiß wie. Wir sehen uns nun beide Varianten näher an. Vor uns liegt eine Excel-Datei, in der ich exemplarisch zwei leere Zeilen eingefügt habe. Und zwar auf der Zeile 8 und der Zeile 16. Möchten wir nun mit wenigen Klicks diese beiden leeren Zeilen automatisch entfernen, kann man wie folgt vorgehen. Und zwar, ich selektiere im ersten Schritt diese Spalte. Ich kann auch eine andere nehmen. Beispielshaft nehmen wir die Spalte A und wähle dann im Menü unter Start und gehe auf die Lupe Suchen und Auswählen. Darin gibt es den Menüpunkt Gehe zu und darin ebenfalls noch ein Untermenü Inhalte. Diese bietet uns mehrere Auswahlvarianten an und ich wähle in diesem Fall, möchte ich alle leeren Zeilen selektieren. Ich bestätige mit OK und Excel erkennt nun automatisch in der Spalte A alle leeren Zellen und diese sind automatisch nun selektiert und ich kann wiederum im Menü im Bereich Start auf Zellen anschließend löschen und hier auf Zellen löschen drücken und kann dann noch bestimmen, wie ich diese Zellen löschen möchte beziehungsweise diese Zeilen. Ich möchte die gesamte Zeile löschen. Daher bestätige ich das mit OK und wie ihr seht, ist nun die gesamte Excel-Datei von leeren Zeilen befreit. Das war Variante 1. Sehen wir uns auch noch Variante 2 an. Ich gehe einen Schritt zurück und habe nun die leeren Zeilen wieder verfügbar. Bei Variante 2 bedienen wir uns der Filtermöglichkeiten und gehen wie folgt vor. Und zwar selektiere ich nun die gesamte Excel-Datei, indem ich auf dieses Symbol hier klicke und wie ihr seht, sind alle Bereiche selektiert und kann dann nun im Bereich Daten unter Sortieren und Filtern auf das Filter-Symbol klicken. Nun werden die Überschriften automatisch gefiltert beziehungsweise die erste Datenzeile. Darin kann ich nun bei Auswahl, meistens liegt diese am unteren Bereich, diesen Haken bei Leere herausnehmen beziehungsweise kann ich das im umgekehrten Fall machen. Ich möchte nur die leeren Zeilen markieren und diese sind hier erkennbar, indem sie blau eingefärbt sind. Ich kann diese nun selektieren und mit einem Rechtsklick diese Zeilen löschen. Anschließend kann ich die Filterung herausgeben und habe nun alle Zeilen vorhanden ohne diese leeren Zeilen, welche ich nun gelöscht habe. Wie ihr seht, bieten diese zwei Varianten eine schnelle Lösung an, um leere Zeilen herauszufiltern und zu löschen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!